hallo leute und herzlich willkommen zurück bei obscur 2 so oder wieder alles verändert ok so, deswegen noch das erste sehr gut und back und zu guter letzt das hier was im weg kann und auch mit dir was war das? schon einige bilder von den abschlussfeuern nix dann schauen wir hier mal rein hier zu herfte aber wer ist Look out! Okay. Why do we always have to go by car? We could have walked, and it wasn't even that far. I just don't get your infatuation with that thing. That car's priceless, and you know it. I spent so much money on that thing, it's not even funny. Okay. Where are the other cars that were just in the cutscene? Well, they seem to have had a good time. Maybe to get a good time? That's not right. Ah! What are those things? Corpses? Am I still hallucinating or what? Corey, we're leaving! No! We have to know what happened to the others! What was that? Yeah. Etwas oder jemand hat seine Wut an diesem armen Kerl ausgelassen. Okay. In dem Falle... Take a bat too! It can be useful. Are you... Are you sure you don't want to leave? Not without knowing what's going on here. Okay. Okay. In dem Falle muss ich ihr... In dem Falle muss ich ihr... So. Oh, wer bist du denn? Nein. Etwas oder jemand hat seine Wut an diesem armen Kerl ausgelassen. Sagt er hier zu? Ja, ja. Das gleiche wie... Wow. Ein Körper über das Dach abzuhören war wohl keine gute Idee. Zu dem... Berühren? Nein. Ich glaube es ist nicht gut das Teil zu berühren. Okay. Aha. Funktioniert nicht. Aha. Jetzt haben wir hier einen Weg. Oh, nee. Eben kein Weg. Ich dachte, weil es wie eine Ramp aus sieht hätten, könnten wir jetzt hier hoch. So. Und wann ist seine Akrobatik gut? Oder für was ist seine Akrobatik gut sein? Das ist mal so. Ich weiß, wie wir reinkommen. Wir haben ja Mai dabei und das hieß ja immer überall... Ja Mai, ich kann damit sicher etwas anfangen. So. Okay. Wir können hier nichts bleiben. Unsere Freunde sind da drin und wir müssen sie rauskommen. Sind Sie irgendwo? Es ist das Hacking-Programm, das ich habe geschrieben, um meine Noten zu ändern. Es ist alt, aber es scheint zu funktionieren. Diese Campus-Geeks benutzen einige famousen Menschen als Kode. Femmiss? Wie die lead-singer, die Good Parents? Of course not. Some famous people like Leonardo da Vinci, Christopher Columbus. Haha, ich habe mit einem wirklichen Geek. Well, das war gut für dich, wenn du aufgerissen hast. Ich hoffe, die anderen sind okay. Wir finden schnell, was geht's. Vielleicht ist es ein Robber. A Robber? A Fall Creek? Just like that? In der Mitte der Fohreste? All right, stop it. Du hast mich verloren. Du hast mich verloren. Du hast mich verloren. Ich werde mich verloren. Guck. Guck. Uh... oh man 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 oh sorry ja 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 das doch richtig hey hey was ist das es ist ich mag das nicht ich mag das nicht, Cory bleib mit mir, Babe vor allem nicht es zu bemerken okay, ich bin nicht stupend wird etwas ausgelassen ok du denkst du, wir werden sie hier finden? so vielleicht öffnen aufladen nehmt kein Strom äh schrauben entwegs aus Bratz und Blumen liebes Grüße aus der Halle sie sagt nichts dazu zwei Studenten schrecklich verstümmelt ähm können Geräte glaube eine Pfanne oder so hätte ich auch mitgenommen Tür verschlossen und da wir hier sind und oben noch so ein Kasten war gehen wir jetzt zuerst nach oben was war das? was war das? ok gut wir sollten ja hier sind hier kommen kommen wir einfach so rein aha aha wo sollen wir hier? wir können Zeit für Dartspiele ok ok der anderen sind irgendwo hier where Corey lasst sie finden ok moin was ist hier mir ist gerade überhaupt nicht nach dem Wettkampf ok ok wir haben sie kaputt gemacht Hier waren wir auch schon drin, oder? Ja, ja. Okay, das war vorher nicht da. Die Monster waren hier und haben alles kaputt gemacht. Leider könnten wir nichts mehr für sie tun. Das ist neu. Nichts. Wo stand es gerade? Ist es ansehen? Egal. Ist blockiert. Dann versuchen wir das mal zu wecken. So. Äh... 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 Super. Jemand mit so vielen Buchstaben. Okay. Gut, äh... Äh... So. Da habe ich keine Ahnung, wer das sein soll. Ah, okay. Run mal besser. Picasso. Mein Gott. Okay. Gut, äh... Ist er aufgeschlossen? Äh... Ja. Und? Ich will ihn nicht benutzen, sondern aufmachen. Ja. So, wir nehmen 9mm und das. Und hier können wir im Moment dann nicht aufladen. Schauen, hier gibt es nichts zu tun. Ähm... Komm, wir hauen ab. Schauen, hier gibt es nichts zu tun. Um uns besser umzusehen. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Und hier gibt es so einen schräger Winkel. Damit es einem unangenehm erscheint. Das nennt man ein... Glatzengel, glaube ich. Was ein Müll. Diejenigen, die das gemacht haben, haben sicher nicht viel zu lesen. Um zu denken, dass wir eine lustige Nacht haben. Ja. Ja. Wir werden nur glücklich sein, um zu überleben. Sie werden nicht alleine rauskommen, Corey. Sie brauchen uns. Okay, das ist akrobatisch. Das sind die Naffenmenschen. Mehr nach oben ziehen. Ah. So, können wir hochheben. Los geht dann, um... Okay. Ja. Da unten ist noch einer. Guckt der noch hoch? Oh, zwei sind da unten. Okay, wer ist das? Ah ja, die hier. Einige bildet der Abschlussfeier. Dann weg mit uns. Das ist doch gerade einer von drüben hier rüber gesprungen. Man, diese Leute sind wirklich Buchwürmer, oder? Es gibt Blut auf dem Boden. Es ist besser, dass du vorsichtig bist. Okay. Gut. Äh, dann nehmen wir hier. Schauen. Hier. Wird es von Leuten aufgenommen auf einem sortischen Ort. Sehr gut. Ja. Hat sie mich gerade gehauen? Leben, äh, sterben und langweilig fürs Lesen. Für den Leser. Schauen, äh, wissenschaftliche Bücher. Nichts sehr ratsam für Leute, die unter, äh, Kollapsie leiden. Okay. Oh. Oh, da ist Penny. Amy! May! Hey! How are you? Are you okay? We've been worse. You haven't seen Sven and June, have you? Quite a specimen you got there. Who are you? Richard James. Richard James. I teach biology on campus and I mentor the Delta Theta Gamma Brotherhood. What are these things? What are these things? For now all I can say is that it is, or once was human. The organs are all still there. There are these purple marks all over it. This, this is Matt. I, I recognize his tattoo. But, but we saw him not that long ago. He was fine. It's that flower that's done this. Flower? That one we smelled. Given the nightmares I've had, I'm, I'm inclined to agree. Students remain as they are. Quite oblivious of certain biological law. We, we took an energy drink to fight off a headache. Maybe that counters whatever it is that makes you go crazy. Hell, I don't know. I haven't felt anything. I'm gonna do some tests on this flower and this student. You'll find an exit if you go through the dance hall. Good luck. Okay, Spritze for the serum. Wait, the resistance of these things comes from the special proteins contained in their blood. They are especially concentrated around the heart, which contains tissue that oxidizes more slowly. Use this syringe to take some blood directly from the organ. The oxidized proteins will give you an energy boost. I assure you, it's completely harmless. In order to recover blood samples, use the syringe on the hearts before they disappear. It'll give you an effective serum. Don't forget the syringe. Okay. Okay. Ähm. So. Hey. Wieder wechseln. Okay. Wieder wechseln. Okay. Schauen. Diese komische Tür wurde etwas eingeritzt, aber sie ist verschlossen. Es ist zwecklos zu versuchen sie zu öffnen. Okay. Wir sind... Äh. Wir sind von hier gekommen, oder? Sieht so aus. Aber nur um sicher zu gehen gehen wir kurz zurück. Ja. Wir können hier nicht mehr. Okay. 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 weggedunzt. Okay. Der einzige Weg wäre hier entlang. Und wir kommen hier nur mit dem starken Jungen vorbei. Okay. Wir wissen höchstwahrscheinlich immer wieder. Oh, I'm good to go. So. I think I can push that. There you go, dude. Indulge yourself. Aha. Ah. Ja. Ich wollte gerade zielen. Ist scheiße, wenn... Okay. Öffne. Schau an diese Mühe. Die Party muss hier gewesen sein. Nur hat es wirklich schnell in einem Schlauchhaus verändert. Das ist wirklich schnell. So. Also das ist der Tanzhalle. Mal schauen. Ein semi-professioneller Mischpult. Nicht schlecht. Mal schauen. Eine Schaltplatte mit Dance Music spielt. Jedoch hört man keinen Ton. Okay. Okay. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, wir haben ein Viertel. Okay. Ja. Aber... Wie macht man das? Schauen. Ich kann aufstehen. Aber... Es ist zu hoch. Im Moment. Was haben wir hier? Es ist blockiert. Schon. Und noch ist es noch. Die Porte ist... ausgelassen. Oh. Mal halt außerhalb des Bildschirms klicken. Okay. Wir können es nicht durchführen. Hey, es ist nicht der Superbowl, du weißt. Genau. Also im ersten Teil war es ja... Das Ding ist hideous. Es ist alive. Ah. Wollte ich gar nicht sagen. Im ersten Teil war es ja gegen Lichter... empfindlich. So. 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 Äh. Loslassen. Und wieder runtergehen. So. So. Aber bevor wir... Da hoch. Okay. Verstehe. So funktioniert das. Oh. Ich heisse es. Okay. Äh. Nein, 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 nein. Wie war das? Wie war das? Äh. Benutzen. So. Zur Versicherung. Sehr gut. Nein. Falsche Taste. Ich musste sie ergreifen. So. So. Das sind wir gleich. Good muscle tone. Something to be proud of. So. Und hop. Ja, ja. Ja, ja. Der Sportler sollte das eigentlich auch können. Er sollte eigentlich genug Moogies haben, um sich hochzuziehen. Ja, ja. Ah. Geht. Gut. Da muss einen Weg geben, um zu entfernen. Das Blackstuff melde wie Schnee und der Sonne. Ich glaube, wir können jetzt rausgehen. Ja, und, ups, nein, und, hopp, gut, dann, raus mit uns, gut, Station, berühren. Wir tauschen wieder, Moment, boah, ah, deshalb, gut, in dem Fall packen wir die Pistole bei ihm rein, und bei ihm das hier, Elektroschocker. Gut, wir haben nachgeladen, und wollte wieder zielen, und das, ah, gut. Oh, hey, your party sucks, dude. My freaking car! Hey! My car's not far from here, come back, you retard! May, answer me, I'm begging you! Damn! What is it, June? Some really weird things are happening in the halls. Everyone's gone mad! I'm too scared to leave my room! Stay where you are. Hide wherever you can. Just like when we were kids, okay? I'm coming. Hurry! What on earth is happening? We're going to get my sister. Kenny, get over here. We need you. I can't. I ran out of medicine, and I need it badly. I'm starting to feel awful. I need to go to the hospital. Okay. He's going to pay me for it. Nobody touches my wheels. Jeez Louise, it's only a car. It's the quintessential automobile. Anyway, we really need my shotgun right now. Okay, then, I'll follow you. I have no choice. The other is already left. How can anybody do that to a car? Genau. Okay, okay, okay. Wurde verteilt. Gut. Bevor wir weitersehen. Okay, das ist neu. Professor James, da er Biologie-Professor auf dem Fall Creek Campus ist, kann man Richard James nicht leicht beeindrucken. Nachdem er die Krawallmacher der Fall Creek Universität zähmen musste, sind nur wenige Dinge übrig geblieben, die ihn in Angst oder Aufregen versetzen können. Ein Mann, den man regelmäßig konsultieren sollte. Okay. Gut, in dem Falle. Ah. No time to lose. We gotta find the others. Okay. Ich wollte gerade fennen, aber das geht ja nicht. Oh, und direkt gerade siehe. Das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.